Super coole Zwei Zimmerwohnungen, Zwei wiki tauglich Wannen und Huchspad Große Dielen im Garderobenbereich Zwei fast gleich große Zimmer So ein Vitaminat ausgestattet Super helle Volumen So ein Vitaminat ausgestattet Achtung Säbäck Säbäck Zwei fast gleich große Zimmer, dann gehts zurück zum Nielen und Garderoben Bereich. Dann gehen wir hier rechts gleich mal, das zweite große Zimmer. Das zweite Brach, dann gehen wir hier rechts und runter. Dann gehen wir hier rechts und runter, dann gehen wir hier rechts. Und dann gehen wir hier rechts. Das ist natürlich auch wieder mit Laminat, jetzt geht die Sonne schon wieder weg. Trotzdem noch Superhelden. Jetzt geht es wieder in den Garderobenbereich. Jetzt gehen wir in die große Hohenküche, Fliesenspiegel, großen Fußbodenfliesen. Hier haben wir hier Riesenspiegel, Anschluss, Waschmaschinen, hier auch eine Spülmaschine. Hier haben wir den Spülmaschine und immer draußen auf den großen Balkon westseitig. Mitten im Zentrum von Leipzig. Blau ist zwar, aber Sonne scheint keine viele Wolken heute. Und jetzt zurück zum großen Grundfische. Dann wieder im Turnier und dann oben Bereich. Jetzt haben wir links hier ein schönes, großes Duschbad und Wannenbad mit Deckbadewanne. Anschluss, Waschmaschine, Handwaschbecken mit Spiegel, Nusche, Vorhänge mit See, Handtuchhalter, Eckbadewanne, großes Fenster. Jetzt gehen wir vom Fenster ins große Wannen und Duschbad. Hier die beiden Ablagen, einmal für die Dusche, für das WC, eine kleine Ablage noch für die Badewanne, schöne Eckdusche. Dann geht es zurück zum Dielen und Garderoben Bereich. Dann geht es zurück zum Dielen und Garderoben Bereich. Jetzt sind wir durch die Schöne 2-Zimmer-Wohnung. Am Zentrum von Leipzig auch schon wieder durch. Danke für's Zuschauen. Euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss. Vielen Dank.